Ein bisschen schwer zu sehen jetzt, aber es ist eine deutliche schwarze Spur. Hier ist es ein bisschen deutlicher zu sehen. Also kann man schön sehen, eine schwarze Spur. Und dann fragt man sich natürlich, was das ist. Sieht so ein bisschen verbrannt aus, das ist der Hund. Der ist nicht verbrannt, nur heiß gerade. Schön, der Cookie ist gerade läufig, egal. Also hier siehst du einen schönen schwarzen Spur und dann denkst du, er ist verbrannt. Aber dann siehst du da den Stein und wie man so erkennen kann, guckt der ein bisschen hoch. Und dann kann man hier sehen, da hat sich einer schön seine Ölwanne am Auto aufgekloppt. Und wer hier hochfährt mit dem Auto und da der Stein jetzt auch nicht wieder so hoch ist, dass es irgendwas größeres ist, der gewesen sein könnte. So ein normaler Pkw würde ich sagen. Also war doch kein Jäger, weil die fahren mit dem Jeep hier. Der hat mir heute auch gerade wieder erst angezählt. Weil ich den Hund nicht an der Leine hatte, deswegen ist er gerade an der Leine. Wenn er mir das dritte Mal erwischt, wird er mir dann eben nicht mehr freundlich sein, denke ich. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall war das ein normaler Pkw. Und wer hier dann hier lang kann mit dem Pkw, da kann ich mal sagen, ist er was schuld. So, tschüss. So, tschüss.